Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Durchgelachen mit dem guten Maxim. Wir spielen die berühmte Fiddlestick Skylo-Kombo und noch nie von gehört? Je nach wird sie berühmt sein, hoffentlich. Oder wir scheitern und es kommt in die Feedscreen. Oh yeah! Warte, warte, lass mal hier hingehen, wo man es besser sehen kann. Oh, 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 ja, 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 ja. Slap dich die Sch- Oh, 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 ja nochmal hier, 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 hier. Ich mach'딜, ich mach'딜, ich mach'딜, ich mach'딜, ich mach'딜. Der Litox hat einfach die Party. What the fuck? So, du gehörst also zum Haus Ravenclaw? Ich will das Maskottchen von denen, Alter. Wer farmt? Ah, ich! Du kannst nicht fragen, wer farmen während du farbst. Fang ihn. Ich fang ja gar nicht mit seiner. Jeder kämpft ja auf sein eigenes Leben. Synergy wird hier noch groß geschrieben. Zeig dir mal Synergy. Du bist so ein dummer Ficker, Alter. Wenn du die wenigsten bekommen hättest, dann wäre das. Ich wollte den gar nicht bekommen. Ich wollte, dass du ihn nicht bekommen. Natürlich. Und go. Ne, lass mal. Lass mal. Oh fuck, oh fuck. Ich bin durch. Hier mich. Ich hasse du. Alles gut. Ah, da, da, da. Wollen wir über das gut noch mal diskutieren? Also sie sind ziemlich tot. Aber jetzt habe ich Predator. Was ist das denn? Hä? Hä? When you try your best, but you don't succeed. Hä? Oh, da nimmt sie doch das Canyon. Ah! Alter, was machst du mit deinem Weh? Ich mache ein ganz kurzes Weh immer. Ja, aber warum? Warum? Was ist das für eine Gleit? Leute, dass sie leidet. Oh, das muss ich gerne. Okay, let's go, let's go. Jetzt musst du auch was machen. Okay, was ist das? Ich bin scheiße. Ganz da etwas schwieriger. Oh, oh. Kann man da hinten rein? Ja, ja. Ja, das ist so weit. Alles easy bis jetzt. Exzellent. Ja, sehr gut. Ja? Ja. So was? Soll ich ihn jetzt predaten? Ja, predate ihn. Kannst du wirklich predaten, ja? AFK! Die! Oh, der ist wieder da. Der will wieder sterben. Ah, mein Turm! Ach, scheiße, er lebt ja noch durch eine etwas andere Magie. Kleiner Pinguin. Hier ist nichts passiert. Alles für immer. Es ist nur ein zweiter. Oh nein, 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 nein. Der what? Hat sie gebetet. Aber du brennst. Stop it! Du lebst. Du lebst. What? Womit hat sie mich denn gekillt? Wenn wir den stunnen. Oh Mann. Ich hab vor 15 Sekunden erst durch. Mach mal Predator an und läuft da rum. Mach mal Predator. Darum. 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 Deine Leitung, ne? Deine Leitung, ne? Jetzt sind 800er Ping. Ah, Ping! CC sie. CC! So, siehste. Wunderbar. Oh, hier ist noch ein Turm. Krass. Ah, ich, 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 ich bin da. Oh. Ich dachte, wir machen jetzt krassen Shit, Alter. Oh, wieso geht der nicht auf die Frau? Oh, die Synergies sind komplett on point, Alter. Fear. Night! Das ist Night. So, jetzt machen wir den Predator an, Junge. Dün, 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 dün. Okay. Exzellent. Alla Parma! Und raus jetzt hier! Alter, ich hab hier, ich hab hier ein Problem. Ich, du hast ein Problem, ja. Ich renne weg. Nein! Nein! B. Ja, Leute. Das war der Reverse Maxim. Lose into Winning, äh, into Victory. Auch mal was Neues. Ey, unser Ultcomer war richtig sick, Alter. Unser Ultcomer war genius. Lass niemals Maxim Gallio spielen. In dem Sinne, ich wünsch euch was und schaut doch bei Maxim vorbei.